Wir alle lieben Essen und wir alle wollen keine Lebensmittel wegwerfen. Trotzdem ist Food Waste ein großes Thema. Mit diesem Video wollen wir einen klitzekleinen Beitrag zur Verbesserung leisten. Nummer 1. Planen vor dem Einkaufen Schaut im Kühlschrank und in der Vorratskammer nach, bevor ihr einkaufen geht. Was habt ihr noch da, was müsst ihr bald verbrauchen? Schreibt jetzt eine Einkaufsliste. So könnt ihr vermeiden, dass ihr Dinge kauft, die ihr noch genügend zu Hause habt und kreiert mit den vorhandenen leckeren Menüs. Nummer 2. Mit vollem Magen und Einkaufszettel einkaufen gehen Kauft im Laden nur das, was auf eurem Zettel steht und lasst euch nicht von Sonderangeboten verführen, die ihr eh nicht braucht und nicht rechtzeitig verarbeiten könnt. Außerdem ist Hunger ein schlechter Begleiter, da ihr automatisch mehr einkauft. Mit vollem Magen könnt ihr also nicht nur Food Waste vermeiden, sondern schont auch noch euren Geldbeutel. Tipp 3. Lebensmittel richtig aufbewahren Lebensmittel halten länger, wenn man sie richtig aufbewahrt. Achtet also darauf, wo ihr was hinstellt. Gemüse gehört im Kühlschrank ins Gemüsefach, während Butter und Käse zuoberst hinkommen. Im Vorratsschrank solltet ihr neue Packungen zuhinterst hinstellen, nicht dass ihr vorne immer die neuesten Packungen aufbraucht und hinten welche verderben. Essensreste gehören in einen luftdicht verschlossenen Behälter, so bleiben sie länger frisch. Nummer 4. Haltbarkeitsdatum Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist, wie es der Name schon sagt, eine minimale Grenze, bis wann ein Lebensmittel noch gut ist. Und keine maximale Grenze. Die meisten Lebensmittel sind bei richtiger Lagerung noch weit über dieses Datum hinaus geniessbar. Schaut es euch einfach an, riecht daran und ihr werdet sehen, ob ihr es noch brauchen könnt oder nicht. Aber auf keinen Fall ein Lebensmittel einfach wegschmeißen, nur weil das aufgedruckte Datum abgelaufen ist. Nummer 5. Reste verwerten Reste lassen sich manchmal wirklich nicht vermeiden, sei es, weil man beim Kochen nur die halbe Packung braucht oder weil man einfach zu viel gekocht hat. Dies ist nicht weiter schlimm, solange man die Reste später verwertet. Ein Gericht am nächsten Tag nochmals aufwärmen ist die einfachste, aber vielleicht auch unkreativste Lösung. Aus vielen Dingen lassen sich aber leckere neue Gerichte zaubern. Aus Schalenkartoffeln zum Beispiel leckere Rösti oder aus Nudeln ein feiner Teigwarensalat. Ihr braucht dazu Inspiration? Im Internet findet ihr genügend. Wenn wir all diese 5 Tipps befolgen, können wir dazu beitragen, diesen riesen Berg an Lebensmitteln, welche im Müll landen, erheblich zu mindern. Und das muss dringend unser Ziel sein, wenn wir unsere Erde für unsere nachkommenden Generationen ein bisschen besser hinterlassen wollen. Wie gefällt euch diese Art von Videos? Mehr davon? Oder spielen wir für euren Geschmack zu sehr Moralapostel? Schreibt es uns in die Kommentare rein. Wir freuen uns auf euer Feedback, sagen Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020